Servus Freunde, heute geht es um Guran Pandev, die Legende, die in jedem Spiel trifft. So, dieser Mann ist seit 17 Jahren bei der Nordmazedonischen Mannschaft. Dort hat er sein erstes Spiel gemacht, vor 17 Jahren. Was war vor 17 Jahren? Ich zeige euch gleich ein paar Bilder von Menschen, die vor 17 Jahren noch nicht mal geboren waren und gewahren. Und das Wichtigste ist, da gab es noch kein Corona. Da seht ihr schon mal den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten.